Das ist ja eine coole Idee. Mütze, Brille. Heute sind wir im wunderschönen Tirol. Eigentlich sind wir immer noch im wunderschönen Tirol. Und da unten ist das wahrscheinlich schönste und grünste Badeparadies, das man sich hier in der Gegend vorstellen kann. Ich hoffe, dass man mich überhaupt verstehen kann, weil hier ist es ganz schön windig heute. Sau geiles Wetter, aber auch sau windig. Aber ich zeige euch mal die Gegend hier. Bis zum nächsten Mal. So, guck mal, was es sonst noch so zu sehen gibt. So, guck mal, was es sonst noch so zu sehen. Ich hoffe, man kann mich hören wegen dem Wind. Ich bin noch ein bisschen auf der Puste, weil ich bin jetzt gerade auf dem Fernpass, also in ungefähr 1210 Meter über dem Meeresspiegel. Und schaut euch mal um, wie geil es hier ist. Ohne Scheiß. Und da drüben geht es noch höher. Ich schätze mal, das sind bestimmt 2000 Meter. Meine Fresse. Aber da packe ich es heute nicht mehr hoch. Oder? Was meint ihr? Schreibt es mal in die Kommentare. Schaffe ich das da hoch? Kurzes Update. Ich hatte die letzten drei Tage Veranstaltung. Das war nichts Besonderes. Also nichts, was man nicht groß gesehen haben müsste. Aber, ja, deswegen habe ich euch das einfach gespart. So, jetzt springe ich nochmal in die Karre. Und dann schauen wir mal, wo es uns als nächstes hinverschlägt. So viel Verkehr hier. Da musst du echt aufpassen, dass du nicht überfahren wirst. Ich muss ja die Dashcam nicht nur immer als Dashcam verwenden. Könnt ihr auch mal als Login-Kamera verwenden. Und dann schauen wir mal als Login-Kamera. Und dann schauen wir mal als Login-Kamera. So, und jetzt ohne eine Kamera kaputt zu machen, da hoch. Eieiei. Und dann schauen wir mal als Login-Kamera. Und dann schauen wir mal als Login-Kamera. Und dann schauen wir mal als Login. Und dann schauen wir mal als Login. Übrigens Innsbruck hat den schönsten Kindergarten von Österreich. Schaut mal. Der ist doch krass, oder? Und hier gibt es den höchstgelegensten Zoo in ganz Europa. Den Alpenzoo. Eine Sache ist mir in Österreich aufgefahren, die voll abnervt. Wenn du kein Kleingeld hast, bist du echt im Arsch. So Zigaretten, also entweder hast du es passend, oder es gibt es halt einfach nicht. Da sind die ganz hart. Selbst im Restaurant, die wird nicht gewechselt. In diesem Sinne wünsche ich euch noch ein paar schöne Tage, bis es wieder ein neues Video gibt von mir. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Abi freuen. Ich würde mich darüber freuen, wenn ihr Abi macht. Oh, oh, oh Untertitelung des ZDF, 2020